Schön gemacht, danke. Freut mich. Bei so vielen teuren Fans kann man ja auch nicht viel falsch machen. Bei 12.000 Fans da so. So, jetzt mal für übertriebene 1.000.000. Jemanden vollkommen. Demos, schuldigung, ist nur die Mitte. Game-Demos, genau. Das läuft wirklich gut. So, ist halt eigentlich nur noch, bis mein Training fertig ist. Äh, Level 1. Ich suche für eine Million und kriege hier Level 1er. Level 2, Level 2. Irgendwie ist das verarschen. Game-Design, 137, 90. Also dafür, dass ich da so einen, in den Hut gegriffen habe, nämlich die hier. So, noch Level 1, 9.000 pro Monat, die arbeitet sich bestimmt noch hoch in Design-Technologie. Dafür hat sie gut Geschwindigkeit und, äh, Research und einen niedrigen Preis. Also nämlich, Amy... Äh, was steht da? Hm, hm. Die sind das Opfer einer Industrie-Sabotage geworden. Die Arme... Company... Com-Clap. Hat schon Polizei drauf angesetzt, okay. So, erstmal ein Willkommens-Training, wie jeder andere auch. Na ja, ihr seid ganz schön weit unten. Steigert euch mal wieder. Habt ihr euch jetzt auch ein bisschen erwischt. Joystick-Charakter-Progression. Tag- und Nacht-Sirkulation natürlich, nehme ich mal. Nehmen wir doch mal ein Live-Quark, nicht Training. Ich wollte Research-Joystick-Sidigrafik, nein, Comedy. Nehmen wir doch mal mit. Ne-U-Topic. LoR-Recht. Ne, doch mal Rhythmus. Musik. Musikspiele machen sie auch nicht schlecht. Vor allem als Casual. Jo, jetzt zieht mir die Bank das ab. Für Platin, eine Million von einem Spiel. Gerade so, dass Platin erreicht. 11.000.000 Kredits eingenommen, das gefällt mir. Da kommt ein bisschen aus, Amy. Custom Pension, nichts Neues aus der Nacht. Ich produziere noch ein Spiel mit dem, was ich jetzt habe. Vertragliche Arbeit, natürlich, mit Ohmaufwuchs machen. 9 Wochen, 45.000, das schaffe ich locker mit meinem Team. 45.000 ist das so easy. Das Geld wollte ich mir mal fixen. Natürlich auch mal schon die Research-Punkte im Hinterkopf. So, vertragliche Arbeit, da hatte ich dann noch eine. Schöne gefunden. 3 Wochen. Ich glaube, das wird zu knapp, das ist ein Lockwoge angebot. 50 Punkte? Ne. 4 Wochen, das schaffe ich locker. Noch ein paar Research-Punkte. Aber zwar im murderer. 6 Wochen, die Plotten, 5 Wochen, 5 Wochen, 3 Wochen, gebetpost. 7 Wochen. 5 Wochen, 6 Wochen, 24 exhaustion, 7 Wochen, 6 Wochen, 6 Wochen und 7 Wochen. Ja, neben mirIrland Pros. 5 Wochen, 4 Wochen, 7 Wochen, 6 Wochen und 4 Wochen. Nein, noch nicht, New Game, gucke ich mal nach, auf jeden Fall Medium, Transport, Hospital, Comedy, ich weiß nicht mal, Live, Simulation, mit Simulation kenne ich mich relativ gut aus, ich weiß woran der Schwerpunkt liegt, wieder der PC, Simulation, PC, so, 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 3D, der Frühen, in your second life, dein zweites Leben, oder dein zweites Ich, so, Spiel starten, dann programmiert mal schön, meine Freunde, Engine Gameplay, kann man doch so lassen, finde ich, Cutscenes, braucht das Spiel nicht wirklich, Save Games, Multiplayer, dabei, doch, kann man mal lassen, wenn ich da so an Sims denke, wenn man da nicht speichern könnte, Gamepad, starten, hier embora nach Game Convention Da kann ich die Population von meinen Spielen erhöhen Mal sehen, wieviel ich da ausgebe. Vielleicht habe ich mir auch mal einen mittelgroßen Stand am Anfang. Ich habe ja gut Geld genommen durch das eine Spielen. Besser Dialoge brauche ich nicht. Künstliche Intelligenz. Ja, es soll ja ein virtuelles Leben darstellen. Und Level-Ditor braucht man nicht. Aber die Künstliche Intelligenz kann ruhig Dialoge und Level-Design sein. Kann ruhig so eingestellt werden. Lass dich das mal machen, Amy. So bin ich zufrieden damit. Es soll natürlich realistisch sein. Wenn die Leute nur gegen Wände laufen oder umkreisen, dann kommt das natürlich nicht realistisch. Hat jeder bestimmt schon mal von uns auf den Bildschirm geguckt und gesagt, was soll das so Realismus sein? Open-World natürlich. Keine Grenzen für eine Lebens-Simulation. Design, Grafiken und sonst müssen nicht ganz so gut sein, aber... So... Research-Punkte habe ich schon ganz viele. Ja, 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 ja. Hör damit. Es ist später kein Problem, wenn ich was Neues haben will. Wird die Bugs noch ein bisschen raus. Design, genau, ein paar Design-Punkte. Ich lass euch noch ein bisschen wickeln. Ich lass euch noch ein bisschen wickeln. Neu-Combo, Great-Combo, Good-Management... Das haut. Wenn dann jetzt noch die große Convention kommt, bei fast 14.000 Fans. Ja, ja. Der Lohn wird erhöht. Komplexer Intelligenz. Gut. Game Review. Na dann. Nein, genau. Hit an meinem Stand hier. Awesome. Ah, mit der Bewertung kann ich mich locker zufrieden geben. Ist immer noch besser als die 4. Solange es nicht unter 5 ist, bin ich immer zufrieden. Oh, Rang 10. Wann kommt denn die Convention? Ah, jetzt. Schön, da geht die Verkaufzahlen durch. Da verstütten wir richtig schön hoch. Ui, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Über 100.000, bitte. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Oh, das ging ja noch einiges hoch. Fast 180.000 an meinem Stand. Wir waren nicht unter die besten 100. Oh, da hab ich schon großen Stand genommen und sind nicht unter den besten 100. Na ja. Movies. Machst du mal bitte. Research. Komplexe Intelligenz. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch schon mal mitnehmen. Lass ich schon mal aus dem Dings raus. News. Da schreibt eine Zeitschrift oder so, dass das Spiel Hit ist und sie aufhören sollen zu lesen und anfangen sollen zu spielen. Roland Keane von Smash. Danke Roland Keane. Wenn mir das nicht viel bringt, tue ich das trotzdem, weil ich das einfach aus dem Research draussen habe. Ui, vor. Startup. Nehme ich mal Piraten. Nur damit ich zu den neuen Topics komme. Maus. 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 Und Sequenzen. Passt doch. Da. 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 Da.